Hello! Hello! Backfreunde und Freundinnen, ich heute mit feschen Kochhut, das haben wir letzte Woche noch was gekocht in der Arbeit mit den Kindern und deswegen habe ich heute einen selbst gebastelten, original von mir gestalteten Kochhuthaufen. Heute gibt es wieder ein Essen mit nur fünf Zutaten, weil wenn man am Abend heimkommt, ist es echt immer das gleiche, man kommt heim und denkt nicht schon wieder was kochen und nicht schon wieder was aufwendiges und deswegen gibt es wieder ein Gericht mit nur fünf Zutaten. Was besteht jetzt mein Easy Peasy Rezept aus einer Handvoll Nüssen, das ist so eine Nussmischung, zwei Esslöffel Maisstärke, das sind 270 Gramm Linsen, aber das ist eine ganz normale Dose, so große Linsen, da ist Abtropfgewicht 270 Gramm, 300 Milliliter normale Milch, da kann man aber Kokosmilch nehmen, da wird es nämlich ein veganes Gericht und zwei Esslöffel Currypaste. So, als erster kippen wir unsere Linsen in die Pfanne und braten die an, braten die halt an. Als nächster geben wir unsere zwei Esslöffel Maisstärke dazu, danach kommt die Milch und gleich die Currypaste, Salz, Pfeffer auch noch. Wenn das zu dickflüssig ist, der kann natürlich auch gegebenenfalls noch ein bisschen Milch nachleeren. Zum Schluss kommen noch unsere Nüsse dazu. Ich hebe jetzt nur ein paar auf zum Dekorieren. Und das ist ja schon fertig damit. Und dann richten wir es her, verziert es eventuell nur mit ein paar Nüsse und nimmt ein Brot und es ist ein perfektes Abendessen. Man könnte theoretisch auch noch Joghurthaube drauf geben, aber so ist es auch schon sehr lecker.